Hier ist euer Kido801. Heute melde ich mich mit einem Rundgang durch das Frühlingsfest von Erlangen am Schlossplatz 2022 vom 8. bis zum 23. April 2023. Viel Spaß! Fangen wir an mit Barz Langos, hier rechts, und Mandeln. Hier links ist schon die Grillhütte zu erkennen, im Bistobler. Hier die Schenke mit Biergarten und der Phantasy Fly von Jöckel. Das Pink Date, der Big Win. Versuche den Faden durchzuschneiden und du bekommst den Inhalt. Ich habe selbst mal versucht, aber nicht gewonnen. Das Kinderkarussell für die kleinen Gäste. Elektronik-Darts, Pfeilwerfen, Dartwerfen, gefolgt von Heliomalone und Kinderspielzeug und Schiffschaukeln. Direkt voraus der Autoscooter. Es ist nicht das Größte, aber es ist ja auch nur das Frühlingsfest. Erlangen hat ja noch die Erlanger Kirchweite. Und der Boxer darf nicht fehlen. Gegenüberliegend davon haben wir die Jagdhütte. Und der süße Bazar. Gegenüberliegend ist noch der Rest vom Schlossplatz. Das ist natürlich wieder ein schöner Kran hier. Der Brunnen, momentan noch nicht in Betrieb. Und hier noch die Grillhütte. Der süße Bazar ist übrigens ein Hartwig. Hartig, Hartig, nicht Hartwig. Oh Mann, das ist der Verkerte. Wer macht das nicht? Und das war schon wieder der Rundgang. Durch das Frühlingsfest von Erlangen 2023 weitere Videos findet ihr wie immer auf dem YouTube-Kanal. Einfach mal rein. Rechts könnt ihr mich jetzt gerne abonnieren. Über ein Abo freue ich mich immer. Das unterstützt für mich auch sehr. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Akido 881.